Weltklasse Jugga aus Berlin. Wir sind RIGOR! MORTES! Jugga ist eine actionreiche Trendsportart. Es spielen zwei Teams, A5-Spieler, gegeneinander. Vier von diesen Spielern haben diese gepolsterten Sportgeräte, sogenannte Pompfen. Sie versuchen dem Läufer den Weg freizumachen, damit dieser einen Punkt erzielen kann. Wir möchten eine junge Sportart etablieren. Dabei stehen wir für die Kultur der Fairness, Toleranz und Aufgeschlossenheit, sowie die Förderung von Leistungs- und Breitensport. In den letzten Jahren haben wir große Erfolge erzielt, sind Weltmeister geworden, achtfacher Deutscher Meister. Im Jahr 2015 zählt ganz klar die zehnte Verteidigung der deutschen Jugga-Liga zu unseren größten Erfolgen. Dazu sind wir Weltranglisten Erster geworden. Die Mischung aus geistiger und physischer Belastung liefert beim Juggern eine unvergleichliche Kombination. Zudem stehen wir mit unserer Sportart für ein einzigartig soziales Engagement. Jugga ist eine einzigartige Sportart, die für Fairness, Zusammenhalt und Toleranz steht. Dafür setzen wir uns auch außerhalb des Spielfeldes ein. Deswegen wünschen wir uns jetzt eure Unterstützung dafür. Also wählt uns! Der Amateursportpreis 2016 stimmen Sie jetzt online ab und wählen Sie Ihren Favoriten unter www.night-off-sports.berlin Erscheinen Sie zur festlichen Preisverleihung am 12. März 2016 im Rahmen der Night of Sports. Der Amateursportpreis 2016 Der Amateursportpreis 2016